Die EN 795 ist eine Norm, die die Mindestanforderung festlegt für die Herstellung von Personenanschlagpunkten. Also die uns als Hersteller vorgibt, wie wir einen Anschlagpunkt testen müssen, um ihn auf den Markt zu bringen. Die Anschlagpunkte werden in dieser Norm unterteilt in fünf verschiedene Typen. Typ A sind Anschlagpunkte, die fest mit einem Bauwerk verbunden sind. Typ B sind Anschlagpunkte, die ortsveränderlich, also beweglich sind und sich ohne den Einsatz von Werkzeug leicht wieder entfernen lassen. Typ C werden die Seilsysteme, Typ D die Schienensysteme und zu guter Letzt Typ E Anschlagpunkte, die nur durch ihr Eigengewicht gehalten werden. Durch einen Beschluss der EU 2015 wurden jedoch die Typen A, C und D aus dieser Norm genommen. Somit gibt es keine bestehende Norm für uns Hersteller und wir könnten machen, was wir wollen, oder? Natürlich nicht. In Deutschland sind die Anforderungen an uns Hersteller dadurch noch größer geworden. Unsere Produkte benötigen jetzt eine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Was das genau ist, erklären wir dir in einem anderen Video. Was das genau ist, erklären wir dir in einem anderen Video. Was das genau ist, 1939? Was der Boote?